Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hier wieder eine Physikaufgabe. Diesmal geht es um einen Fadenpendel. Dieser Fadenpendel hat eine Fadenlänge von 1,20 m bis zum Mittelpunkt der Kugel. Die Kugel selber hat eine Masse von 250 g. Und die Kugel wird aus ihrer Rohrlage heraus in 10 cm Höhe gebracht und dann losgelassen. Dabei schwingt sie natürlich hin und her. Wir sollen jetzt berechnen, mit welcher Geschwindigkeit schwingt die Kugel durch ihre Rohrlage. Die Rohrlage ist hier dieser Punkt. Und bei Aufgabe B soll berechnet werden, wie groß die Schwingungsdauer ist. Wenn wir jetzt diese Kugel hier um 10 cm hochheben, dann hat sie eine Höhenenergie, eine potenzielle Energie. Und beim Schwingen wird diese potenzielle Energie dann umgewandelt in Bewegungsenergie. Das heißt, wir haben hier eine Energieerhaltungssatzaufgabe. Die Energie wird hier umgewandelt von der potenziellen in die kinetische Energie. Und wir gehen mal davon aus, dass wir keine Reibverluste oder ähnlichen Verluste haben. Dass also die Energie vollständig hier umgewandelt wird. Deswegen müssen wir hier jetzt die beiden Energien gleichsetzen. Die kinetische Energie ist also die Energie, die hier aus der Höhenenergie umgewandelt wird. Die Formeln für die kinetische Energie und die potenzielle Energie sollten bekannt sein, beziehungsweise findet man dann in den Formelsammlungen. Wir haben also hier die Bewegungsenergie mit 1,5 m mal v² und die Höhenenergie ist m mal g mal h. Die beiden Gleichungen werden gleichgesetzt, weil sich ja die Höhenenergie vollständig in die Bewegungsenergie dann umsetzt. So, wir können jetzt mithilfe dieser beiden Gleichungen diese Aufgabe lösen. Mit welcher Geschwindigkeit schwingt also die Kugel durch ihre Ruhelage? Wir sehen jetzt erstmal bei der Gleichung hier, dass wir auf beiden Seiten der Gleichung die Masse haben. Deswegen können wir sie rausstreichen. Die Masse wird dann hier einfach weggekürzt. Und so bleibt dann übrig 1,5 v² ist gleich g mal h. Da wir die Formel hier nach v, also nach der Geschwindigkeit umstellen müssen, teile ich hier erst einmal durch 1,5, um den Faktor vor dem v² loszuwerden. Und dann bleiben übrig v² ist gleich 2 mal g mal h. Um das Quadrat hier loszuwerden, muss ich jetzt die Wurzel ziehen. Die Wurzel auf beiden Seiten gezogen ergibt dann v ist gleich die Wurzel aus 2 mal g mal h. Für g nehmen wir die Beschleunigungskonstante der Erde, die Erdbeschleunigungskonstante 9,81. Die Höhe wird in Metern angegeben, das habe ich jetzt hier vergessen reinzuschreiben. Die 0,1 m, das sind einfach die 10 cm, um die die Kugel, der Pendel dann hier hochgehoben wurde. Gibt man das jetzt alles in den Taschenrechner ein, bekommt man als Geschwindigkeit 1,4 m pro Sekunde. So schnell ist also die Kugel dann, wenn sie diesen Punkt, und zwar die Ruhelage hier, dann durchquert. Damit kommen wir zu der Aufgabe b. Um die Schwingungsdauer zu berechnen, gibt es diese Formel hier, die ist auch in jeder Formelsammlung zu finden. t ist gleich 2 mal π mal die Wurzel aus Länge des Fadens durch die Erdbeschleunigung. Das bedeutet, dass für die Schwingungsdauer die Masse der Kugel hier überhaupt keine Rolle spielt. Und zum zweiten muss man wissen, was eine Schwingungsdauer ist. Und zwar ist eine Schwingungsdauer, wenn die Kugel einmal hin und wieder zurückkommt. Das heißt also, nur einmal hin ist die halbe Schwingungsdauer. Das Ganze nennt man auch die Periodendauer. Und ja, die Berechnung erfolgt relativ einfach. Man setzt einfach hier die Länge des Fadenpendels und dann die konstante Erdbeschleunigung 9,81 hier unter die Wurzel. Gibt das Ganze in den Taschenrechner und herauskommen hier 2,2 Sekunden pro Schwingungsdauer. T